Arbon Felix, glücklicher Baum, nannten die Römer ihre Ansiedlung. Heute ist Arbon ein gemütliches Städtchen mit zwei Häfen, alten gepflegten Häusern und den Resten eines Römerkastells. Darauf wurde vermutlich das Schloss erbaut, in dem sich nun das historische Museum mit Funden aus der Steinzeit bis in die Neuzeit und ein Galeriecafé befinden. Im Saura-Ontimer-Museum sind liebevoll restaurierte Lastwagen und Busse zu betrachten. Im Sommer gibt es in Arbon jeden Abend ein Open-Air-Kino an der Seepromenade.